Hallöchen zu einem neuen Projekt. Ihr seht es schon, es ist Amnesia, The Dark Descent. Ja, das ist jetzt ziemlich spontan, dieses Projekt. Ich habe es nämlich von meiner liebsten Schwester, Trash Tasmani, geschenkt bekommen und dachte mir, hey, warum nicht? Oder vielmehr, sie meinte, hey, mach doch ein LP dazu und ich dachte mir, na gut. Warum nicht? Ich glaube, ich werde in einer halben Stunde mir denken, warum schon? Aber, naja. Ich habe schon ein Profil erstellt. Machen wir mal auswählen. So. Neues Spiel beginnen. Neues Spiel beginnen, ja. Ich glaube, ich werde es jetzt schon bereuen. Wenn ich es bereuen werde, lade ich das einfach nicht hoch und mache es so, als würde ich doch das nicht let's playen wollen. Und spiele stattdessen, äh, keine Ahnung, Charonys Next Topmodel oder so. Don't forget. Some things must be forgotten. The shadow haunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at, at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Ja, das ist die richtige Zeit für dieses Spiel. Wahrscheinlich eher nein, aber... Okay, wie geht eigentlich die Steuerung hier? Spiele ich das... Okay, mit... Oh, ist die komisch, die Steuerung. Hinweise. Ein Momento wurde zum Journal hinzugefügt. Mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sieh dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Okay, das schauen wir gleich an. Journal ist das da. Okay. Als allererstes wollte ich noch sagen, ähm, dieses Let's Play ist eigentlich blind, würde ich mal sagen. Ich hab hier und da mal bei einigen Let's Plays reingeguckt. Ähm, vor allem bei Mexican Day. Aber ich muss zugeben, ich hab da mehr seine Spielweise abgefeiert, als auf... drauf zu achten, wo es hingeht oder irgendwas oder irgendwelche Amnesia-Videos angeguckt oder PewDiePie oder so. Aber sonst hab ich eigentlich nichts von dem Amnesia angeguckt. Na, ist schön. Gut. Hier ist direkt Himbeer und Erdbeerkrütze. Und jetzt schauen wir uns nochmal genau. Journal. Journal. Tizen. Mementos. Okay. Zurück. Und da eben die Mementos. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Ich glaub, ich will die Quelle gar nicht finden. Die führt dahin. Also gehen wir wo ganz anders hin. Was ist das? Es sind keine Zunderbüchsen mehr übrig. Achso, ja, stimmt. Damit kann ich ein... Ding stillen. Also. Was kann ich denn hier alles? Ich könnte mal eben... Optionen. Äh. Grafiken. Input. Äh. Ja, ja. Äh. Wie kann ich denn da... Kann ich nur wo nachgucken, wie ich das steuere? Okay. Was ist das? Da kann ich so um die Ecke gucken. Und da in die Ecke. Und da. G. V. Okay, gut. Irgendwie macht das alles nichts. Was kann ich da machen? Oh, da war was. Ach ja. Ich habe keine Zunderbüchse. Kann ich nicht irgendwie... Das kann ich nicht nehmen. Schade. Wie kann ich denn rennen? Irgendwie muss ich doch in diesem Wegrennspiel rennen können. Oh Gott. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus, um die Tür zu bewegen. Drück rechte Maustaste, um die Tür aufzustoßen oder sie zuzuwerfen. Also so. Okay. Okay. Okay, und dann kann ich sozusagen... Da so gucken. Und da so. Okay. Also ich bin jetzt übrigens sehr gespannt, ob ich jetzt... Ob das wirklich so gruselig ist, wie jeder tut. Aber da ich sogar vor Creepern und vor irgendwas auch Angst habe, denke ich mal. Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen und andere Lichtquellen in deiner Umgebung anzünden. Die aktuelle Anzeite mit Zunderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Tab. Ah, okay. Rete Zunderbüchse, also eine Kerze oder Bi. Oder was? Zunderbüchse, also Objektsdrücke rechte Maustasteaste, um es zu werfen. Halte R gedrückt und bewege die Maus, um das Objekt zu drehen. Okay. Und kann ich... Doch, jetzt kann ich es nicht mehr aufgreifen. Doch, so. Oh, so, okay. Und... So kann ich das schmeißen. Ach, das ist ja so spannend. Und hier kann ich bestimmt... Wie kann ich denn hier kauern? Ach, kein Plan. Puh, ich wollte das doch... So, okay. Und los geht es. Ja, jetzt macht hier ja keinen Sinn. Bisschen gruselig ist es ja, aber... Da ist das Blut, also wir schauen da noch mal hin. Hallo? Ist there anybody? Wups, wups. Oh, cool. Ich kann da raufspringen. Hallo! Ich bin ein kleiner Klettermaxe. Na, du? Oh. Oh, man. So fühle ich mich auch manchmal, wenn ich getrunken habe. Also, natürlich nur Bananensaft. Hui. Ja, es ist irgendwie ungewohnt, dieses... Aber wie manche da tun... Oh mein Gott, das ist ja so gruselig, wenn der so komisch macht. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich total kreischen und so, aber dieses... Wenn der da so rumtut, dann finde ich jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Aber, ich glaube, das wird sich auch noch ändern. Oh. Okay. Da ist das Blut. Oh mein Gott, ich muss das irgendwie abstellen, dass ich nicht die ganze Zeit sehe, wer was spielt. Hallo? Ich will da rein. Knock. Knock. Knock, knock. Knock, knock. Who's there? It's tiny. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, was ist da? Ups. Kindchen, ich sag dir doch immer, mach die Türen gescheit zu, denn wenn du ein Fenster offen lässt, dann kommt immer so ein komischer Luftzug. Äh, hallo? Ja. Oh, eine Zunderbüchse. Oh, da ist meine Zwangsjacke, die habe ich schon gesucht. Ja, ich glaube, das ist mir doch zu krank. Oh, was ist das? Da konnte ich doch gerade was machen hier. Hä? Bin ich blöd? Okay, ich bin blöd. So. So. Wir müssen also da um die Ecke, oder? Ähm, da ist die Tür aber aufgegangen. Das heißt, ich glaube, ich mag da nicht rein. Da geht es. Okay. Was stöhnt der Typ so komisch? Alter. So, los. So. Kommen wir nicht zu nahe, ansonsten reite ich auch von meinem Besen davon. So, komm. Geh da rein. Hex, hex. Tchung, tchung. Oh, so ein kleines Feuerchen. Oh, schön. Wie kann ich denn mich hinknien? Irgendwie muss ich doch da... Hallo? Der Vollidiot muss sich doch irgendwie hin... Also, kauern können. Boom. Erstmal ein bisschen... Oh, so eine Büchse. So, und hier, und da, und hier, und da, und hier. Ach, schön. Komm, renn. Aha. Geht nicht. Okay, gut. Freund, komm mit. Oh, da. Da kann ich noch wo reingucken, oder? Was ist das? Ist das ein Wandteppich? Ich kann nix sehen. Egal. Ah, Besen kommt mit. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Natürlich nicht mitbekommen. Ach, Gott. Die Tür war offen. Ich hab's genau gesehen. Die hat nachgegeben. Ja, Muffin, spiel Team Fortress 2. Na toll, jetzt geht das nicht, weil der Besen da hängt. Wann kommt eigentlich das erste Monster? Geistiger Zustand? Alles ist gut. Äh, körperlicher Zustand? Alles ist gut. Geistiger Zustand? Klass, klar. Was ist das? Journal beinhaltet alle auf selben Barriere, ja? Mementos? Ja, okay. Äh, ja, das ist weg da. Und weg. Oh, okay.